Sie schafft es immer wieder, sie schafft es auch auf ihrer ersten Tournee und da hat sie zwei Freundinnen dazu eingeladen, also drei Freundinnen jetzt unterwegs in Deutschland demnächst. Victor Laszlo ist dabei aus Paris, ihre Spezialität sind Schmuse-Songs, ein bisschen jassige Lieder. Maggie Riley wurde schon erwähnt, Mike Olfitt war ihr Partner bei dem Lied Moonlight Shadow und sie ist die schottische Antwort auf den Blues, auf den dunklen Blues. Und die drei zusammen jetzt mit dem Lied Engel wie du. Victor Laszlo, Maggie Riley und Juliane Werding. Weißer Atem aus den Feldern, Zeit betrunkten soll zu fliehen. Mit dem Sommer ziehst du weiter, nach irgendwoher. Weißer их können nicht, die Schmerzen können, die Schmerzen bir Rings. Weißer sie ist das immer wieder, die Schmerzen ist das Schmerzen von den erstencionalen Le relatively. und sie ist der Schmerzen von den ersten Sorgen, sie ist der Schmerzen najbärst bei uns. Engel wie du sind der Sonne für Nacht Ein Engel wie du kommt hier unten nicht klar Les anges wie du, voilen toujours dans la lune Même dans les éclairs We were living in a dead dream Shadow dancing with the sun Always searching for our rainbow Then you have gone You have gone Engel wie du sind der Sonne für Nacht Ein Engel wie du kommt hier unten nicht klar Angel with you I will ride on the wind And my life will begin Und du sagst, komm doch einfach mit Ich hab ein Haus in den Wolken Und du sagst, komm doch einfach mit dem 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 Musik im Dreierpack, drei Engel, demnächst auf Reisen. Wann geht's los mit der Tournee? Am 31. Oktober. Wo? In Hannover starten wir. Ah, toi, toi, toi. Harmoniert in den Stimmen hervorragend. Seid ihr auch wirkliche Freundinnen? Das sind wir ja, wir besuchen uns auch gegenseitig und das ist ganz toll. Zum ersten Mal jetzt in einem Trio unterwegs. Victor, wie ist das Gefühl vorher? Das ist sehr interessant, weil wir sind vielleicht drei Engel, aber sehr verschiedene und wir sind Individuen und das ist sehr interessant. Ich bin auch gespannt, wie das Publikum reagieren wird. Und Maggie hat sie vorgenommen, den Wagen zu fahren und während der Tour, you will drive the car on tour? That's true? Yes. Ja? Also sie liebt nämlich deutsche Autobahnen. You like the German Autobahn and the highways, right? I do, yeah. Ah, ja, gut. Und ihr wollt mitfahren. Sie liebt auf der falschen Seite. Also wer hat auf der falschen Seite. Na, wollen wir nicht hoffen, Sie sind in England einen anderen Verkehr gewohnt. Also toi, toi, toi für eure Tournee. Ein sehr interessantes Experiment und ich kann nur sagen, ihr schafft es. Danke. Alles Gute für euch. Juliane Werding, Victor Laszlo, Maggie Roily. Euer Applaus, euer Abgang.